In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie Drehbewegung über Lichtschranken erfasst werden kann. Die Sensoren werden verwendet, um mit Hilfe eines Mikrocontrollers herkömmliche Gleichstrommotoren in Schrittmotoren zu verwandeln. Der Sensor der verwendeten Gabellichtschranken ist ein Phototransistor. Die Sensoren werden verwendet, um mit Hilfe eines Mikrocontrollers herkömmliche Gleichstrommotoren in Schrittmotoren zu verwandeln. Dieser Transistor besitzt im unbelichteten Zustand einen sehr hohen Emitter-Kollektor-Widerstand. Fällt Licht auf das Bauteil, so verringert sich dieser Widerstand auf wenige Ohm. Um ein elektrisches Signal zu erhalten, wird ein Spannungsteiler aus dem Phototransistor und einem konstanten Widerstand von 2 Kiloohm aufgebaut und an eine Gleichspannung von 5V angeschlossen. Der Emitter des Phototransistors, der üblicherweise mit einem D gekennzeichnet ist, wird mit dem Minuspol der Spannungsquelle verbunden. Der zweite Pin des Phototransistors, der mit einem Plus gekennzeichnet ist, wird über den 2 Kiloohm Widerstand an plus 5V angeschlossen. Im unbelichteten Zustand ist der Widerstand des Phototransistors wesentlich höher als der des hier verwendeten 2 Kiloohm Widerstands. Somit fällt fast die gesamte Eingangsspannung von 5V an dem Phototransistor ab. Moment mal, der Phototransistor wird momentan doch beleuchtet, warum fällt dessen Widerstand nicht auf wenige Ohm? Nun, der Sensor reagiert nur auf Licht bestimmter Wellenlängen. Die höchste Empfindlichkeit für den hier verwendeten Sensor liegt im Bereich infraroten Lichts. Da die Neonröhren in meinem Videostudio nur sehr wenig Infrarotstrahlung abgeben, reagiert der Phototransistor nicht auf diese Beleuchtung. Die Gabellichtstranke besitzt daher eine Infrarot-LED. Um diese einzuschalten, wird die mit E markierte Kathode an Minus der Spannungsquelle angeschlossen und die mit Plus markierte Anode über einen 180 Ohm Widerstand, der den fließenden Strom begrenzt, an plus 5V. Genau wie das menschliche Auge zeigt auch die Kamera das Infrarotlicht nicht an. Wird die Diode allerdings in die Nähe des Phototransistors gebracht, sinkt der Widerstand dieses Sensors auf wenige Ohm. Die Spannung zwischen Kollektor und der Mitte sinkt entsprechend auf fast 0V. Achtung, das Licht einer Glühlampe erzeugt einen recht hohen Infrarotanteil. Wird der Phototransistor dem Licht der Glühlampe ausgesetzt, so sinkt das Signal ebenfalls auf fast 0V. Gleiches gilt für intensives Sonnenlicht. Die Gabellichtschranke muss daher im Betrieb unter Umständen gekapselt werden. Infrarotdiode und Phototransistor befinden sich in der Gabellichtschranke direkt gegenüber. Wird die Gabellichtschranke an die Spannungsquelle angeschlossen, so fällt am Phototransistor eine Spannung von fast 0V ab. Das Licht der Infrarotdiode muss abgeblockt werden, um die Spannung auf fast 5V ansteigen zu lassen. Dieses Abblocken geschieht hier mit einem Stück Dosenblech. Einfaches Papier lässt noch relativ viel Infrarotlicht passieren, womit die Spannung nur auf etwa 3.7V steigt. Mit einer gezahnten Scheibe aus Dosenblech kann ein Mikrocontroller feststellen, ob sich diese dreht. Der Plus-Pin des Phototransistors wird dazu mit einem digitalen Eingang minus der Lichtstranke mit Masse des Arduino Uno verbunden. Die Sensorscheibe besitzt vier Zähne. Im Ausgangszustand ist ein Zahn zwischen Infrarotdiode und Phototransistor, womit am Eingang des Arduino fast 5V, also High-Signal anliegt. Mit einem zusätzlichen Pin, der als Ausgang geschaltet und an dem eine LED mit Reihenwiderstand angeschlossen ist, zeigt der Arduino an, dass am Phototransistor ein High-Signal anliegt, die LED leuchtet. Wird die Scheibe im Uhrzeigersinn gedreht, bis eine Lücke zwischen Infrarotdiode und Phototransistor ist, so sinkt die Spannung am Eingang des Arduino auf 0V, also Low-Signal. Angezeigt wird das, indem die LED nun ausgeschaltet wird. Bei jedem Übergang von High auf Low-Signal und von Low auf High erhöht der Microcontroller eine Variable um 1, was in dem LCD-Display angezeigt wird. Vollführt die Scheibe eine volle Umdrehung, so geht der Eingang viermal von High auf Low und ebenfalls viermal von Low wieder auf High, es wurden 8 Übergänge gezählt. Zwischen einem Übergang von High auf Low und wieder von Low auf High hat sich die Scheibe um 45 Grad gedreht. Erfolgt weiterhin eine Drehung im Uhrzeigersinn und geht das Signal wieder auf Low, so hat sich die Scheibe um weitere 45 Grad gedreht. Das Signal ändert sich ebenfalls von Low auf High und von High auf Low, wenn die Scheibe entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht wird. Damit der Microcontroller auch die Drehrichtung feststellen kann, muss eine zweite Gabellichtschranke mit einem zweiten digitalen Eingang verbunden werden. Beide Gabellichtschranken sind direkt nebeneinander angeordnet. Die Zähne und Lücken der Sensorscheibe sind so breit, dass beide Gabellichtschranken gleichzeitig geblockt bzw. nicht geblockt sein können. Entsprechend sind beide Eingänge auf High... ...beziehungsweise Low-Signal. Steht die Scheibe so, dass nur eine Gabellichtschranke geblockt wird, so liegt an dem entsprechenden Eingang ein High und an dem anderen Eingang ein Low-Signal an. Es gibt insgesamt vier verschiedene Schaltzustände für die beiden Eingänge. Beim Drehen ändert sich immer nur der Zustand an einem der beiden Eingänge, es ändern sich nie beide Signale gleichzeitig. Ordnen wir den vier Zuständen die Zahlen 0 bis 3 zu. Dreht sich die Scheibe im Uhrzeigersinn, so ändert sich der Zustand von 0 auf 1... ...von 1 auf 2... ...von 2 auf 3... ...und von 3 wieder auf 0. Dreht sich die Scheibe nun entgegen im Uhrzeigersinn, so ändert sich der Zustand von 0 auf 3... ...von 3 auf 2... ...von 2 auf 1... ...und von 1 wieder auf 0. Wann immer sich der Zustand der Signale an einem der beiden Eingänge ändert, kann der Mikrocontroller feststellen, ob sich die Scheibe dabei im... ...oder entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht hat. Wird eine Drehung im Uhrzeigersinn erkannt, erhöht der Mikrocontroller die Variable. Bei einer Drehung entgegen dem Uhrzeigersinn wird diese verringert. Ändert sich der Zustand an einem der beiden Eingänge des Mikrocontrollers, so hat sich die Sensorscheibe um einen Schritt gedreht. Für eine volle Umdrehung der Sensorscheibe werden die Zustände 0 bis 3 viermal durchlaufen, die Zustände an den Eingängen ändern sich 16mal, die volle Umdrehung wird in 16 Schritte zu je 22,5 Grad unterteilt. Besitzt die Sensorscheibe nur 2 Zähne, so ergeben sich 8 Schritte für eine Umdrehung, was 45 Grad pro Schritt entspricht. Da Zähne und Lücken der Sensorscheibe deutlich größer sind als die Breite der beiden Lichtschranken, wird die Drehung nicht in gleiche Schrittwinkel unterteilt. Die Sensorscheibe kann ferner immer um einige Grad gedreht werden, ohne dass eine Änderung an den beiden Lichtschranken auftritt. Besonders auffällig ist das bei dieser sehr grob gerasterten Scheibe mit nur zwei Zähnen, die sich ergebende Ungenauigkeit liegt im Bereich von einem Schritt, hier also etwa 45 Grad. Bei einer Sensorscheibe mit sechs Zähnen erhalten wir 24 Schritte für eine volle Umdrehung und somit eine Genauigkeit von etwa 15 Grad pro Schritt. Je mehr Zähne, um so genauer die Messung, dabei müssen die Zähne und Lücken bei dieser Anordnung aber mindestens so breit sein, dass beide Gabellichtschranken gleichzeitig geblockt oder nicht geblockt sein können. Bringen wir die Sensorscheibe an einem Getriebe-Elektromotor an. Der Motor ist mit den Ausgängen einer H-Brücke verbunden. Dieses Bauteil kann von dem Arduino über zwei der vier Eingänge der doppelten H-Brücke angesteuert werden. Die beiden verwendeten Eingänge der H-Brücke müssen mit zwei Ausgängen des Arduino verbunden werden. Masse, also Minus der H-Brücke, ist mit Masse des Arduino verbunden. Sind beide Ausgänge des Arduino ausgeschaltet, so dreht sich der Motor nicht. Wird der digitale Pin 7 des Arduino eingeschaltet, so liegen hier 5V an und der Motor dreht sich im Uhrzeigersinn. Wird Pin 7 wieder ausgeschaltet, so bleibt der Motor stehen. Wird Pin 6 eingeschaltet, so dreht sich der Motor entgegen dem Uhrzeigersinn. Wird auch dieser Ausgang wieder ausgeschaltet, so bleibt der Motor wieder stehen. Der Arduino kann den Motor also in Rotation versetzen und über den Rotationssensor die tatsächliche Drehung einlesen. Per Software kann der Motor somit nur so lange eingeschaltet werden, bis sich die Sensorscheibe um einen Schritt gedreht hat. Dreht sich der Motor ununterbrochen, so ist in der Regel eine falsche Polung die Ursache. Nach dem Vertauschen der Klemmen am Ausgang der H-Brücke dreht sich der Motor wie gewünscht um nur einen Schritt. Wie zu sehen, ist der resultierende Schrittwinkel nicht immer gleich. Das liegt erneut daran, dass die Zähne und Lücken der Sensorscheibe größer sind als der Abstand der beiden Lichtschranken zueinander. Nach 16 Schritten hat sich der Motor um 360 Grad gedreht. Die Drehrichtung kann ebenfalls vorgegeben werden. Der Gleichstrommotor fungiert in Zusammenarbeit mit dem Mikrocontroller als Schrittmotor. Anzahl und Richtung der auszuführenden Schritte wird über die USB-Schnittstelle von einem Computer vorgegeben. Werden von dem Computer 16 Schritte mit einem einzigen Befehl übermittelt, führt der Motor eine volle Umdrehung ohne Unterbrechung aus. Bei 8 Schritten dreht sich dieser nur um 180 Grad. Wird die Drehung des Motors per Hand gestoppt, so bleibt der Motor eingeschaltet. Erst wenn der Motor wieder losgelassen wird und die vollen 8 Schritte abgearbeitet sind, schaltet der Arduino den Motor wieder ab. Was passiert, wenn ich den Motor per Hand weiterdrehe? Nun erkennt der Mikrocontroller, dass sich der Motor zu weit gedreht hat. Über die H-Brücke wird der Motor so angesteuert, dass sich dieser in entgegengesetzter Richtung dreht, bis sich die Sensorscheibe wieder in der vorgegebenen Position befindet. Soll und Ist-Wert werden von dem Mikrocontroller ständig verglichen und bei einer Abweichung wird der Motor derart in Drehung versetzt, dass sich der Absolutwert der Differenz der beiden Werte verringert. Beim Einschalten des Arduino werden Soll und Ist-Wert auf 0 gesetzt. Wann immer sich die Sensorscheibe um einen Schritt im Uhrzeigersinn dreht, wird der Ist-Wert um 1 erhöht. Dreht sich die Sensorscheibe entgegen im Uhrzeigersinn, so wird der Ist-Wert um 1 verringert. Wird über die USB-Schnittstelle eine Drehung um 16 Schritte im Uhrzeigersinn empfangen, so wird der Soll-Wert um 16 erhöht und die Differenz aus Soll und Ist-Wert ergibt zu Beginn der Drehung 16. Beginnt sich der Motor zu drehen, so erhöht sich der Ist-Wert und die Differenz verringert sich. Sobald die Differenz 0 ergibt, wird der Motor abgeschaltet. Wird nun eine Drehung um 16 Schritte entgegen im Uhrzeigersinn befohlen, so wird der Soll-Wert um 16 verringert und die Differenz aus Soll und Ist-Wert ergibt minus 16. Der Motor dreht sich entgegen im Uhrzeigersinn, womit der Ist-Wert mit jedem Schritt verringert wird, bis die Differenz erneut 0 ergibt. Wird ein Motor mit hoher Leistung angesteuert, so dreht sich der Antrieb aufgrund der Massenträgheit weiter. Erkennt der Microcontroller, dass sich der Motor über den Soll-Wert hinaus gedreht hat, so wird dieser mit voller Leistung in entgegengesetzter Richtung angesteuert, bis der Soll-Wert wieder erreicht ist. Erneut dreht sich der Motor nun in entgegengesetzter Richtung aufgrund der Massenträgheit über den Soll-Wert hinaus. Der Motor schwingt um den Soll-Wert herum. Unterbunden werden kann dieses Verhalten, indem der Motor nicht immer mit voller Leistung angesteuert wird. Per Pulsweitenmodulation kann die an den Motor abgegebene Leistung über die H-Brücke verringert werden. Bei einer Tastrate von 20% dreht sich der Motor deutlich langsamer. Wird die Leistung auf 20% herunter geregelt, sobald der Soll-Wert erreicht ist, so dreht sich der Motor nach dem Überschwingen nur langsam zurück. Die Rotation stoppt, sobald der Soll-Wert erneut erreicht wird. Eleganter funktioniert das mit einem Proportionalregler. Ist die Differenz aus Soll- und Ist-Wert groß, so wird der Motor voll eingeschaltet. Der Tastgrad des Pulsweiten-Signals wird verringert, je kleiner die Differenz aus Soll- und Ist-Wert wird. Über eine Variable im Quellcode wird festgelegt, ab welcher Differenz die Regelung greift und wie stark die Leistung beim Annähern an den Soll-Wert herunter geregelt wird. Es gilt, den Wert zu finden, bei dem der Motor möglichst schnell den Soll-Wert erreicht, dabei aber nicht überschwingt. Mehr zu Regelkreisen erfahrt ihr in meinem Video zum Arduino Uno. Wie schnell kann der Arduino die Daten verarbeiten? Getaktet wird der Mikrocontroller mit 16MHz. Für das Einlesen der Signale und das Verarbeiten der Daten über die Software werden viele Taktzyklen benötigt. Außerdem muss beachtet werden, dass das Empfangen von Daten über die USB-Schnittstelle den Programmablauf unterbricht und ebenfalls etliche Taktzyklen benötigt. Hier habe ich eine Zeile zusätzlichen Programmcodes eingefügt, womit Pin A5 des Arduino nach jedem Durchlauf umgeschaltet wird. Die Periodendauer der resultierenden Rechteckspannung beträgt etwa 30ms, womit etwa 15ms für einen Programmdurchlauf benötigt werden. Die Programmzeilen für den LCD-Bildschirm in der Programmschleife sind im zweiten Versuch deaktiviert, da hier sehr viele Taktzyklen verbraucht werden. Die Zeitdauer für einen Durchlauf sinkt auf etwa 60 Mikrosekunden, wobei ständig Daten über die USB-Schnittstelle empfangen werden. Wird diese Zeitdauer um den Faktor 10 vergrößert, so sollte der Regelkreis 1600 Pulse pro Sekunde von der Sensorscheibe verarbeiten können. Hier wird ein Motor ohne Getriebe von dem Arduino gesteuert. Das Oszillogramm zeigt den Spannungsverlauf an einer der beiden Lichtschranken, womit die Maximaldrehzahl errechnet werden kann. Selbst bei 5000 Umdrehungen pro Minute und einer Sensorscheibe mit vier Zähnen kann der Motor problemlos angesteuert werden. Zu sehen ist, dass die Sensorscheibe immer an der gleichen Stelle stehen bleibt, ein klares Indiz dafür, dass keine Pulse ausgelassen werden. Welche Motoren kann ich verwenden? Nun, das hängt im Wesentlichen von den Leistungsdaten der H-Brücke ab. Die hier zu sehende Platine verwendet eine doppelte H-Brücke vom Typ L298N, deren maximaler Strom 2A nicht überschreiten darf. Um das zu prüfen, wird ein digitales Multimeter benötigt. Dieses wird auf den größten Wert für Strommessung, hier sind das 10A, eingestellt und in den Stromkreis des Motors geschaltet. Läuft der Motor so fließen etwa 60mA an 5V... ...und 70mA an 12V. Benötigt wird aber der Maximalstrom beim Blockieren des Motors. Der Strom steigt dabei auf etwas unter 300mA an 5V... ...und 700mA an 12V, womit dieser Motor problemlos von der H-Brücke geschaltet werden kann. Wie bereits gesagt, kann die Winkelauflösung der Drehung verbessert werden, indem eine Sensorscheibe mit mehr Zähnen verwendet wird. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, bei einem Getriebemotor die Sensorscheibe nicht am Getriebeausgang, sondern an einem vorgesetzten Zahnrad zu befestigen. Das Zahnrad mit dem Drehsensor wird bei 4 Zähnen der Scheibe mit einer durchschnittlichen Winkelauflösung von 22,5 Grad angesteuert. Durch die Getriebeuntersetzung von 13 zu 1 verbessert sich diese an der Abtriebswelle auf 1,7 Grad. Zu beachten ist, dass das mechanische Spiel des Getriebes die theoretisch zu erwartende Auflösung etwas verringert. Ihr erhaltet somit ein sehr präzise ansteuerbares, digitales Servo, dessen maximaler Drehwinkel nur von den Software-Parametern abhängt. Dieser kann wie hier 180 Grad betragen... ...oder volle 360 Grad. Wird dieses Servo eingeschaltet, so muss der Arduino allerdings die aktuelle Position des Servoarms kennen. Dazu wird ein Endschalter benötigt. Ich verwende dazu eine zusätzliche Lichtschranke. Nach dem Einschalten steuert der Arduino den Servoarm langsam in eine Richtung, bis die Lichtschranke unterbrochen wird. Das ist die Nullstellung für die Software. Nach dieser Initialisierung ist das Servo einsatzbereit, was durch die dauerhaft leuchtende LED angezeigt wird. Betrachten wir das Oszillogramm an den beiden Eingängen des Arduino, wenn sich die Eigenbausensorscheibe mit konstanter Geschwindigkeit dreht. Die Kurven springen zwischen 0 und 5V, wir sehen also zwei Rechteckspannungen. Die Periodendauer bei der Signale beträgt etwa 72 Millisekunden, womit sich eine Frequenz von fast 14Hz ergibt. Die untere Kurve ist im Vergleich zur oberen um etwa 12 Millisekunden verschoben. Es tritt somit immer nur an einem der beiden Eingänge ein Signalwechsel auf. Wie bereits bemerkt, entspricht bei der von Hand geschnittenen Sensorscheibe die Breite von Zähnen und Lücken nicht exakt dem Abstand der beiden Fotosensoren. Idealerweise sollte die Phasenverschiebung einem Viertel der Periodendauer, also 18 Millisekunden entsprechen und die Zeitdauer des Low-Signals sollte gleich der des High-Signals sein. Hier sind kommerzielle Drehgeber zu sehen. Die linken Sensoren arbeiten mit mechanischen Kontakten, der rechte Sensor hingegen mit Lichtsignalen. Wird der optische Drehgeber von einem Elektromotor in konstante Rotation versetzt, so sind auch hier zwei Rechteckspannungen zu sehen. Die Rechteckspannung der unteren ist im Vergleich zur oberen Kurve um 3.5 Millisekunden verschoben, wobei in diesem Fall 3.9 Millisekunden einem Viertel der Periodendauer von 15.5 Millisekunden entsprechen. Perfekt ist auch die Geometrie dieses Sensors offensichtlich nicht. An der oberen Kurve erfolgt der Übergang von Low auf High oder von High auf Low, wann immer die untere Kurve entweder konstant auf Low oder High Level ist. Beim mechanischen Drehgeber ist der Kurvenverlauf ebenfalls sehr sauber. Wird die Zeitbasis jedoch verringert, so sind an den Flanken der Rechteckspannungen Störungen zu erkennen, die durch Prellen der mechanischen Kontakte hervorgerufen werden. Da das Signal immer nur an einem Eingang wechselt, während der zweite Eingang auf konstant High oder Low Signal bleibt, kann der Mikrocontroller den Motor dennoch sauber ansteuern. Im Augenblick des Schaltvorgangs verursacht das Prellen eine Ungenauigkeit von einem Schritt, was bei diesem Drehgeber mit 36 Schritten pro Umdrehung einem Winkel von 10 Grad entspricht. Mechanische Drehgeber sind nicht nur wegen des Prellens, sondern auch aufgrund des Verschleißes der Kontakte nicht für den Betrieb an Elektromotoren geeignet. Für Regelkreise sollten immer kontaktlose Sensoren zum Einsatz kommen. Hier wird der Motor eines alten Druckers über den Arduino angesteuert. Die Original-Plastik-Sensorscheibe des Druckers ist mit etwa 3000 sehr feinen Linien bedruckt. Die bislang in diesem Video gezeigten Lichtschranken können diese feinen Strukturen nicht auflösen. Ich verwende daher die Original-Sensoren des Druckers. Mehr Infos zur Beschaltung gibt's auf der Projektseite. Aufgrund der sehr feinen Teilung der Sensorscheibe fallen bei hohen Drehzahlen so viele Pulse an den beiden Eingängen des Arduino an, dass der Mikrocontroller zu langsam ist, um alle Informationen verarbeiten zu können. Bei einer Umdrehung pro Sekunde sind 12000 Änderungen in einer Sekunde an den Sensoreingängen zu erfassen. Wie zuvor gezeigt sind derart schnelle Änderungen an den Eingängen mit der bislang verwendeten Software nicht zu erfassen. Daher habe ich diese für den Druckermotor unter Verwendung von Interrupts umgeschrieben und optimiert. Dennoch musste ich per Pulsweitenmodulation die Maximal-Drehzahl des Motors herunterregeln, um zu verhindern, dass Zählpulse aufgrund zu hoher Geschwindigkeit ausgelassen werden. Kommen wir zurück zu den handgemachten Drehgebern. Für meine CNC-Maschinen befestige ich Gewindestangen am Getriebeausgang. Dieser Getriebemotor ist aus einem alten CD-Laufwerk entwendet, üblicherweise wird damit die Schublade geöffnet oder geschlossen. Die Sensorscheibe ist an der Gewindestange befestigt, womit das Spiel im Plastikgetriebe des Antriebs weitgehend vernachlässigt werden kann. Die Drehbewegung des Getriebemotors wird über die Gewindestange in eine lineare Bewegung verwandelt. Leistungsstärker ist dieser Motor aus einem alten Drucker, der hier mit 5V angesteuert wird. Der Motor kann mit 12V betrieben werden, womit Drehmoment sowie Leistung steigen und die Bewegung deutlich schneller vonstatten geht. Wie sieht es mit richtig starken Motoren wie diesem Scheibenwischermotor aus? Der Motor zieht schon im Leerlauf an 12V einen Strom von 10A, es wird also eine H-Brücke für deutlich höhere Ströme benötigt. Der hier zu sehende Typ verträgt einen Dauerstrom von bis zu 43A. Die Sensorscheibe mit vier Zähnen ist direkt am hinteren Ende der Motorwelle befestigt. Wird der Mikrocontroller initialisiert, so dreht sich auch dieses Servo bis eine Lichtschranke am Servohorn unterbrochen wird. Das Schneckengetriebe besitzt eine Untersetzung von 120 zu 1, womit eine theoretische Winkelauflösung von etwa 0.2 Grad pro Schritt gegeben ist. Auch hier wird die maximal mögliche Auflösung durch leichtes mechanisches Spiel verringert. Ihr erhaltet ein sehr kräftiges und stellgenaues Servo. Um die maximale Stellgeschwindigkeit zu erreichen, müssen in der Software des Arduino die Parameter für den Regelkreis angepasst werden. Zusätzlich zum Proportionalregler ist eine Softstartfunktion in dem Sketch des Arduino integriert, um Stromspitzen beim Anlaufen des Motors zu verhindern. Die Stellsignale werden über die USB-Schnittstelle zum Arduino gesendet. Das Steuerprogramm läuft unter Linux von der Kommandozeile. Soweit mein Video zu Rotationssensoren, die Schaltpläne und Programme sowie einige Anwendungsbeispiele zu den in diesem Video gezeigten Antrieben findet ihr auf der Projektseite. Danke fürs Angugge und bis bald! Die Sendung wird nur mit einer Wie? Ich habe einen unteren Teil.